Es sind ja genau diese Eliten, die uns in diesen Wahnsinn hineinführen, mit diesem unglaublichen historischen Risiko, die selbst ihre eigene Flucht so perfekt vorbereiten. Das ist schon unglaublich. Die gleichen Kreise sagen wir übrigens, dass der Flughafen Berlin, Brandenburg, dass dieser Flughafen in Schönefeld niemals fertig gebaut werden wird. Sehr, sehr interessante Aussage. Wir dürfen das alles verfolgen. Aber tatsächlich ist es so, wenn die Bevölkerung sich nicht jetzt lernen, sinnvoll zusammenzufügen zu einer gemeinschaftlichen Opposition gegen ihre Führungskräfte, dann werden solche Szenarien vermutlich Realität werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017